Schleckt mich alle doch am Arsch. Paragraf 1 1. Das Recht des Sozialgesetzbuches soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit und Sozialleistungen, einschließlich sozialer und erziellicher Hilfengestalten. Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern. Schleckt mich alle doch am Arsch. Gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für neue Menschen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern. Den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine freigewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besonderen Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen. Schleckt mich alle doch am Arsch. 2. Das Recht des Sozialgesetzbuches soll dazu beitragen, dass die zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlichen sozialen Diensten und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Schleckt mich alle doch am Arsch. Schleckt mich alle doch am Arsch. Schleckt mich alle doch am Arsch.